Jey, eine Feder. Hier brennt einfach alles, aber Hauptsache, der Eisbrocken schmilzt nicht. Gibt's hier vorne noch was? Nö. Alter, mach's halt weg. Boah. Jetzt aber. So, das Feuer ist immer los. Obt ihr hier ist, eine Wasserblume? Schmilzt es! Also es geht schon mit der Feuerbrumme, waren das letzte Mal wohl einfach nicht schnell genug. Aha, weil es jetzt dann mit der Zeit wieder zum Brennen anfängt, deswegen. Ach so, hier geht's auch nur runter. Boah, ist das eine nervige Stelle. Neeein! Wieso? Oh! Oh! Scheiße, ich komm mir nicht weiter. Nein! Und nochmal. So. Jetzt im Schnelldurchlauf. Alter! Wieso? Wieso machst du sowas? Nochmal. Ja! Toll! Und jetzt können wir das Feuer hier anmachen. Oh, das ist aber schön. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aha, er schmilzt also doch. Aua! Gleichzeitig sterben wir hier aber grad eiskalt. Oh, weg mit uns. Oh, weg mit uns. Und wieder weg mit uns. Hey, was I was? Oh, weg mit uns. Oh, weg mit uns. Oh, weg mit uns. Shit. Das war's gleich für uns. Aber es scheint keine Schmetterlinge für uns zu geben. Mittlerweile ist er echt klein geworden. Nein! Ah, shit. Wenigstens weiß ich jetzt besser, wie wir den ausweichen. Also jetzt beim nächsten Mal sollte es eigentlich tadellos funktionieren. Ja, den kriegen wir auf alle Fälle hin. Einfach bloß mal abhauen, wenn er den Mund aufmacht. Dann einfach die Feuerpflanze erneuern, damit sie einem nicht mal ausgeht, wenn man tatsächlich Damage machen kann. Und wir hauen ab. Ja, das geht schnell. Hoppa, läuft mir hier reingelaufen. Und weg mit uns. Au! Der ist so weit oben, da komme ich nicht hin. Jetzt fahrst du ja schon ganz schön schnell. Oh-oh. Oh-oh. Scheiße, da kommt man nicht hin. Nicht in der Höhe, wo wir waren. Und weg hier. Oh, mittlerweile ist der echt irre schnell. Scheiße. Ist nur noch ein Pickel an der Wand. Oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh So ein Vogel. Sehr schön, jetzt müssen wir auch für den einen Eisbrocken für die Pätschee wärmen. Und wahrscheinlich müssen wir das hier nehmen, um da durchzukommen. Ja. Können wir damit auch dieses Ding aufwärmen? Was ist denn das? Hm, egal. Gucken wir einfach mal, dass wir da hochkommen. Mal schauen, was es hier gibt. Okay. Da hinten ist ne Pätschee. Wow. Nein! Wieso fängt der immer gleich an zu rutschen? Der soll da nicht rutschen. Der soll da einfach ganz normal wie ein normales Kamel und drüber gehen. Ah, er will halt nicht. Er rutscht halt immer so fort. Was hier in dem Fall echt scheiße ist. Und schon wieder rutscht vollkommen aus. Wieso macht der sowas? Müssen wir da drüber rollen? Nee, das klappt auch nicht besser. Geben wir den ganzen noch einen Versuch. Die sind so verwirrt. Die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Jetzt muss ich aber noch für diese eine Pätschee sterben. Yeah, wir haben sie! Jetzt müssen wir nochmal auf die andere Seite rüber. Jo, mit Rollen funktioniert es echt leichter. Tadaaa! Ach Quatsch. Dann kommen wir wahrscheinlich da vorne wieder raus. Das heißt, der Palast hat einfach mal irgendwo ein Ende. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Damit wir uns ein bisschen auskennen. So, die Page hier drin haben wir auch. Nee, das da brauchen wir. Hier, komm her. Nom nom nom.